Hallo, heute geht es bei uns um Loop. Was ist Loop? Loop ist eine ganz einfache und kleine Programmiersprache oder eine theoretische Programmiersprache, eine Programmiersprache, ähnliche Art Dinge zu berechnen, die uns ein besseres Gefühl noch dafür geben soll, wie das mit der Berechnung eigentlich funktioniert und wie das auch jenseits von Turing-Maschinen, in diesem etwas abstrakten Automatenmodell, was gern in diesen Bereichen verwendet wird, um Algorithmen darzustellen, funktionieren kann. Und dazu werden wir heute mal anfangen, uns Loop anzuschauen und in den nächsten Vorlesungen dann auch noch eine Erweiterung davon namens While. Aber zunächst einmal kurze Rückblende, was bisher geschah. Die Grundbegriffe, die wir bisher eingeführt haben, sind vielfältig und schon ausreichend verwirklicht. Wenn man sie nicht richtig gelernt hat, investieren sie ein bisschen Zeit darin, dass sie das alles gut verstehen, damit sie gut mitkommen. Es lohnt sich. Wir haben einiges über das Unentscheidbare gelernt. Ein schönes Zitat von Claney hier sagt, An algorithm is a finite answer to an infinite number of questions. Aber auch wenn man unendlich viele Fragen beantworten kann mit einem Algorithmus, gibt es mehr Möglichkeiten, unendlich viele Fragen zu beantworten, als es Algorithmen geben kann. Das ist Kanto. Wieso das so ist, haben wir auch gesehen mit dem Diagonalisierungsargument. Außerdem haben wir ein bisschen darüber geredet, wie Aufzählungen funktionieren und was das mit Siebenentscheidbarkeit zu tun hat. Und natürlich, wie Sie Beaver kennengelernt, kann man so zusammenfassen, was eine Turing-Maschine schaffen kann, kann keine Turing-Maschine vorher berechnen. Das ist wirklich die wichtige Erkenntnis hier. Und in dem engen Sinne ist das genau das, was wir benutzt haben, um den Beweis zu zeigen. Oder das ist das, was wir bewiesen haben, dass die Annahme, dass man das vorher berechnen könnte, allein schon ausreicht, um einen Widerspruch hervorzurufen. Weil man, wenn man wüsste, was ein anderer schafft, dann noch mehr könnte als das. Grob gesagt. Okay, das also bisher und jetzt wollen wir uns mal in Richtung Loop bewegen. Warum eigentlich? Ja, Turing-Maschinen als Berechnungsmodell sind doch gar nicht so schlecht. Sie haben einige wichtige Vorzüge. Insbesondere erlauben Sie eine einfache, kurze Beschreibung. Nicht notwendigerweise eine einfache Beschreibung des Algorithmus, sondern eine einfache, kurze Beschreibung des Berechnungsmodells. Ja, ich kann Turing-Maschinen auf einer einzigen Folie definieren, mehr oder weniger. Noch ein bisschen was zu arbeiten, würde ich vielleicht sagen, brauche ich noch eine Folie. Aber im Prinzip ist es sehr einfach, so eine Turing-Maschine. Und dadurch werden die Beweise, die man mit Turing-Maschinen erbringt, oftmals auch einfach und kurz. Man muss nicht viele Fälle bedenken. Es gibt nicht so viele verschiedene Dinge, die eine Turing-Maschine tun kann. Kontra ist natürlich, dass sich das Ganze recht, sobald man damit programmieren möchte. Es ist sehr umständlich, irgendwas damit auszudrücken. Es gibt schöne Übungsaufgaben, aber es ist wirklich nicht das, was man in seiner Anwendungspraxis nutzen möchte. Einfache Algorithmen erfordern tausende Einzelschritte. Was hilft dagegen? Natürlich Programmiersprachen, wie wir sie benutzen. Einfache, bequeme Programmierung ist damit möglich. Es gibt einen großen Befehlsatz und Bibliotheken für Standardaufgaben. Programme werden übersichtlich und lesbar. Mit wenigen Zeilen kann man interessante und komplexe Dinge tun. Kontra, die Beschreibung der Programmiersprachen, selbst wenn man nur die reine Sprache ohne Bibliotheken betrachtet, ist umständlich. Zum Beispiel, wenn Sie C++ als ISO-Standard sich anschauen, dann erhalten Sie ein Dokument von etwa 776 Seiten. Das wäre also, wenn man es in seiner Gänze hier vorstellen wollte, deutlich mehr, als ich insgesamt an Folien habe in dieser Videoreihe. Das heißt, offenbar ist das ein sehr kompliziertes Konstrukt und es ist nicht so einfach, das auf einen Nenner zu bringen. Oft sind die Eigenschaften auch dieses Konstrukts unklar. Beweise darüber sind sehr umständlich, wenn überhaupt möglich. Unklar ist das wirklich in einem konkreten Sinne. Ja, Sie wissen es, in C++ sind einige Dinge in der Vorverarbeitung schon unentscheidbar. Also als Teil des Kompilierprozesses, was sicherlich im Sprachdesign nicht wirklich gewünscht war. Also es ist sogar unentscheidbar zu entscheiden, ob ein bestimmter String ein gültiges C++-Programm ist oder nicht. Auch das war sicherlich nicht so gewünscht, aber bei so vielen Seiten kann einem leicht mal so etwas passieren. Okay, also das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Man muss da sehr vorsichtig sein, um überhaupt noch irgendwas zu erkennen. Jetzt können Sie natürlich sagen, in gewisser Weise muss uns das alles nicht stören, wenn man Beweise macht, so auf der Ebene, wie ich sie beim letzten Mal gemacht habe. Dann ist es am Ende auch egal, ob man mit Turing-Maschinen oder Programmiersprachen arbeitet. Man kann dann immer noch sehr abstrakt argumentieren und das funktioniert natürlich auch. Okay, also jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile. Und wir wollen ein bisschen mehr in Richtung der Programmiersprachen schauen, ohne gleich C++ zu definieren. Die Idee dazu ist, dass wir beginnen mit etwas ganz Einfachem, was ich als Loop-Programm hier bezeichne. Auch das finden Sie bei Uwe Schöning. Die Idee ist, eine ganz einfache, imperative Programmiersprache zu definieren, die nur sehr wenige Features aufweist. Welches sind die Features? Ja, es gibt Variablen. x0, x1, x2 oder auch xy oder was Längeres darf man da nehmen als Beschreibung. Alle diese Variablen sind im Prinzip vom gleichen Typ. Natürliche Zahl. Wir können Zahlen speichern. Ich schreibe hier bewusst natürliche Zahl und nicht Integer oder ähnliches, was Sie an eine 32-Bit- oder 64-Bit-Long-Variante oder U64 oder wie auch immer denken lassen könnte. Wir meinen wirklich Zahlen, also irgendwelche Zahlen, auch welche, die über den Wertebereich von U64 hinausgehen. Dann haben wir als nächstes Wertzuweisungen. Auch die sind nur ganz einfach. Wir können addieren und subtrahieren und zwar nur mit Konstanten und nichts sonst. Und jeweils zwei Variablen Namen. Und es gibt Vorschleifen. Und diese Vorschleifen werden geschrieben als Loop x, do und am Ende end. Deshalb heißt die Sprache Loop. Sie hat dieses Loop-Konstrukt, welches eine bestimmte Programmanweisung x mal wiederholt und sonst nichts tut. Okay, das ist im Prinzip die grobe Idee und das kann man jetzt ganz konkret definieren. Das ist hier in dem roten Kasten. Die Programmiersprache Loop basiert auf einer unendlichen Variablenmenge v. Warum unendlich? Naja, damit für jedes denkbare Programm genügend da sind. Natürlich wird ein konkretes Programm immer nur endlich viele Variablen nutzen, aber wir wollen nicht, dass es ein maximal großes Programm gibt. Das soll unbeschränkt sein. So ist es übrigens in allen anderen Sprachen auch. Ja, Python hat auch unendlich viele Variablen. Und der Menge n der natürlichen Zahlen, die wir als Strings ausdrücken werden in der Regel, wenn wir so eine Konstante brauchen. Loop-Programme sind jetzt induktiv definiert. Induktive Definition heißt, dass wir hier eine Reihe von Dingen angeben, die in einem Loop-Programm erlaubt sind. Und nichts anderes als das, was wir hier angeben, ist erlaubt. Also das ist nur Dinge, die aufgrund einer dieser Fälle Loop-Programme sind, sollen auch betrachtet werden. Man könnte auch sagen, es ist die kleinste Menge an Programmen, die genau diese Eigenschaften hat. Klingt noch ein bisschen mathematischer. Man schreibt kurz induktiv. Okay, was ist also erlaubt? Zunächst einmal gibt es Wertzuweisungen. Die sehen so aus, wie ich sie gerade schon beschrieben habe. Dann gibt es ein Konstrukt, was so einfach ist, dass man es leicht vergisst. Es gibt die Hintereinander-Ausführung von zwei Teilprogrammen. Also wenn P1 und P2 bereits Loop-Programme sind, und hier kommt das Induktive ins Spiel, also wenn nach diesen Regeln schon andere Programme gebildet worden sind, zum Beispiel Wertzuweisungen, dann dürfen sie die auch miteinander verketten, mit Semikolon dazwischen. Das ist die Hintereinander-Ausführung. Und drittens, wenn P ein Loop-Programm ist, dann ist auch dieser Ausdruck hier, Loop X, Du, P, End, ein Loop-Programm, und zwar für jede beliebige Variable X in dieser Menge der Variablen V. Es geht uns jetzt nicht wirklich darum, exakt zu lernen, wie man in Loop korrekte Programme schreibt, die dann auch auf einem Loop-Interpreter laufen. Ich weiß gar nicht, ob es zurzeit einen funktionierenden Loop-Interpreter gibt. Ich hatte mal einen im Web, aber der ist irgendwie down. Das heißt, die Syntax ist nicht das Allerwichtigste hier, aber es ist natürlich schon wichtig zu verstehen, was überhaupt erlaubt ist. Wir werden aber oft die Vereinfachung zulassen, dass das Semikolon durch Zeilenumbrüche ersetzt wird. Ein bisschen wie bei Python. Also das stimmt natürlich nicht, dass in Python kein Semikolon gibt. In dem Sinne, aber ja, also wir schreiben unsere Programme lieber in mehreren Zeilen und lassen das Semikolon weg. Das vergisst man ohnehin so leicht, dass es sich lohnt, da eine Konvention zu definieren. Wenn Sie es trotzdem schreiben, ist auch nicht schlimm. Also, dass solange klar ist, wie das Programm zu lesen ist für Menschen, ist es in der Regel ausreichend für uns. Aber es gibt Grenzen, ja. Also wenn Sie eine schriftliche Prüfung schreiben und da soll mal ein Loop-Programm gebildet werden, geben Sie sich Mühe, dass wir es noch irgendwie interpretieren können. Okay. Das ist also die Syntax von Loop-Programmen. So sieht sie aus. Und jetzt kann man ganz einfache Programme sich da zurechtlegen, die das benutzen. Zum Beispiel addiert dieses folgende Loop-Programm zum Wert von y genau x mal die Zahl 2. Also Loop x, du, y wird y plus 2. So, was macht das? Ja, x mal 2 dazurechnen. Also, das heißt, ich habe diese Zuweisung letztlich berechnet. y wird abgebildet auf y plus 2x. Was man so nicht schreiben darf. Ja, es gibt keinen der dementsprechenden Ausdruck in Loop, aber man kann das indirekt erzeugen. Wie funktioniert jetzt so ein Loop-Programm, nachdem wir intuitiv das wahrscheinlich schon ganz gut verstehen? Kann man es noch ein bisschen genauer spezifizieren. Zunächst einmal die Eingabe. Ja, wir hatten bei Touring-Maschinen ja immer ein Eingabeband. Wie ist das hier? Wie kommt die Eingabe überhaupt rein? Wir gehen einfach davon aus, dass die Eingabe eine Liste von natürlichen Zahlen ist. Von fester Zahl k. Das wird nicht durch das Programm festgelegt. Also eigentlich ist die Zahl gar nicht fest, sondern wird vielleicht vom Kontext abhängen. Wir können also eine beliebige Liste k von natürlichen Zahlen eingeben. Das wird immer dadurch passieren, dass man die ersten in der Reihenfolge irgendwie definierten k-Variablen, x1 bis xk, mit den entsprechenden Eingabezahlen belegt. Also das ist die Eingabe. Es gibt einfach bestimmte Werte, bestimmte Variablen werden einfach auf eine bestimmte Zahl vorinitialisiert und das Programm kann dann diesen Wert direkt nutzen. So funktioniert Eingabe. Ausgabe ist wiederum eine einzige natürliche Zahl. Auch das wird dadurch passieren, dass wir eine bestimmte vorher festgelegte Variable nehmen und der den Wert zuweisen, der die Ausgabe sein soll. Und so das interpretieren wir dann als Ausgabe. Okay. Das heißt also, ich kann allgemein sagen, jedes Programm berechnet also eine totale Funktion n hoch k, also k-Tupel von natürlichen Zahlen werden abgebildet auf eine natürliche Zahl und zwar für beliebige k. Also ich kann das Programm sowohl mit einer natürlichen Zahl als Input als auch mit Paaren oder mit Trippeln oder anderen Listen starten. Ob das Programm dann was damit tut mit diesen längeren Listen, hängt davon ab, wie das Programm beschaffen ist. Okay. Gut. Das ist also die allgemeine Idee, wie sowas funktioniert. Wir initialisieren, wie ich schon gesagt habe, für eine bestimmte Eingabe n1 bis nk, das sind eben diese Zahlen, die Werte entsprechend. Also jede Variable hat eine natürliche Zahl jeweils als Wert. Die Variablen, die ich bezeichne mit x1 bis xk, ich gehe also davon aus, ich habe solche durchnummerierten Variablen, die ich nehme aus meiner Menge der Variablen, die werden anfangs immer mit diesen Eingabewerten initialisiert und alle anderen Variablen erhalten den Wert 0 als Initialisierung. Okay. Nach der Initialisierung wird das Programm abgearbeitet und auch das passiert genau so, wie man das erwarten würde. Die Wertzuweisung x wird y plus n wird interpretiert, indem man zu dem Wert von y den Wert von n hinzuaddiert. x und y, das haben Sie schon im Beispiel gesehen, können auch manchmal die gleiche Variable sein hier. Dann addiere ich zum vorigen Wert von dieser Variable n hinzu und nehme das als neuen Wert, so wie man es auch kennt in Programmiersprachen. Subtraktion funktioniert analog, nur mit dem Sonderfall, dass es passieren kann, dass ich hier ins Negative rutschen würde, weil die Zahl, die ich abziehe, größer ist als der Wert der Variablen. In diesem Fall stoppen wir bei 0. Das heißt, es gibt keine negativen Zahlen, wir rechnen nur mit natürlichen Zahlen und die 0 ist dann einfach das Ende der Subtraktion. Hintereinander Ausführung ist das, was der Name sagt. Wir arbeiten erst den ersten Teil ab und dann den zweiten. Und Loop funktioniert so, und das ist auch ein wichtiges Detail, dass das Programm p genau so oft ausgeführt wird, wie der Wert der Variable x uns sagt, zu dem Zeitpunkt, als wir die Schleife das erste Mal sehen oder abarbeiten. Das heißt also, es geht nur darum, welchen Wert x hatte, als wir begonnen haben, die Schleife zu betreten. Wenn x jetzt innerhalb der Schleife geändert wird, wie Sie das von c erkennen, ja, Sie haben eine Vorschleife und haben dann in der Schleife Code, der den Wert des Zählers ändert, den Sie darunter zählen. Das ist nicht vielleicht der beste Stil, aber es funktioniert in c und sollte hier aber nicht funktionieren. Ja, also ich kann x, selbst wenn in p, x geändert wird, wird das nichts daran ändern, wie oft die Schleife durchgeführt wird. Das ist eine strikte Vorschleife. Es gibt übrigens auch Programmiersprachen, die so arbeiten. Ja, in Pascal zum Beispiel oder Tor Pascal, da gibt es tatsächlich echte Vorschleifen, die nicht versteckte Y-Schleifen mit obskuren oder syntaktisch vereinfachten vielleicht auch Bedingungen darstellen. Okay, gut. So sollen also die Loopprogramme abgearbeitet werden und die Ausgabe ist dann das, was am Ende die spezielle Variable x0 nach dem Beenden dieser Berechnung enthält. Ja, so berechne ich die Ausgabe. Okay. Wichtiger Satz, die so definierten Loopprogramme terminieren immer nach endlich vielen Schritten. Das haben Sie sich vielleicht auch schon gedacht. Ich habe die ganze Zeit von totalen Funktionen gesprochen. Das heißt, es wäre etwas seltsam, wenn es Fälle gäbe, in denen das Programm in eine Endlosschleife gerät oder nicht hält. Denn dann wäre die Funktion da für diesen Fall nicht definiert. Dann würde es keine Ausgabe geben. Das kann hier tatsächlich nicht passieren. Es ist eine totale Funktion. Das Loopprogramm terminiert immer. Woran kann man das erkennen? Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Man schaut sich einfach die verschiedenen Fälle an und sieht es dann in jedem Einzelfall. Sicherlich gilt das für Wertzuweisungen. Eine Wertzuweisung kann nicht endlos lang laufen. Die wird abgearbeitet, dann ist sie fertig. Weitere Fälle. Wie ist es mit hintereinander Ausführungen? Ja, das kommt jetzt drauf an. Ja, also wir führen ja zwei Teilprogramme hintereinander aus. Wenn eins von denen unendlich lang liefe, dann ist klar, würde das auch ein Problem sein, was ich hier übertrage. Aber wenn wir annehmen, dass sowohl das erste als auch das zweite Programm nicht unendlich lang laufen können, dann wird auch die hintereinander Ausführung daran nichts ändern. Mit anderen Worten, die hintereinander Ausführung führt nicht zur Nichtterminierung, wenn man sie nicht eh schon hat. Und bei Loop ist es genauso. Jede mögliche Zuweisung von x wird endlich sein. Ja, x muss immer den Wert einer natürlichen Zahl haben, ist also endlich. Und das heißt, so oft wird p wiederholt. Und wenn p in endlich vielen Schritten terminiert, dann also auch diese Gesamtschleife. Auch die Schleife kann nicht zur Nichtterminierung führen, wenn sie nicht irgendwo schon anders da war. Okay, und da das alle Fälle sind, wissen wir, dass auch große Loop-Programme, die also so entstanden sind, nicht in irgendeiner Weise Nichtterminierung erlauben. Das ist der ganze Beweis. Es lohnt sich mal kurz einen Schritt zurückzutreten, wenn man diesen Beweis sieht. Ich hoffe, er ist für Sie einleuchtend und Sie sagen, ja klar, so ist das halt, um sich klarzumachen, wie wir hier vorgegangen sind im Beweis. Was wir nämlich gemacht haben, ist, obwohl das eigentlich eine ganz einfache Argumentation ist, das, was man Induktion nennt und was regelmäßig den Studierenden Kopfzerbrechen bereiten kann, obwohl es eigentlich eine recht einfache Idee ist. Wir haben Induktion verwendet und Sie kennen Induktion natürlich aus der Mathematik als vollständige Induktion über den natürlichen Zahlen und wundern sich jetzt vielleicht, warum das jetzt auch Induktion heißen soll, was ich hier mache, da ich ja gar keine Zahlen verwendet habe, also außer die, die vielleicht in den Werten vorkamen. Trotzdem sehen wir, dass die Struktur des Beweises genau die einer vollständigen Induktion ist, die Sie auch über Zahlen kennen. Es gab einen Induktionsanfang, in dem wir nämlich festgestellt haben, die Behauptung gilt für Wertzuweisung. Das sind die einfachsten Loop-Programme, damit muss ich immer beginnen. Wenn ich ein Loop-Programm aufbaue mit diesen Regeln, die ich angegeben habe, dann muss ich mit etwas Einfachem anfangen. Das sind die Wertzuweisungen. Und dann gibt es eine Induktionsannahme, die besteht darin, dass wir bereits Programme haben, P, P1, P2, für die die Behauptung gilt. Und die Induktionsschritte, und da ist jetzt hier ein Plural, den Sie in der vollständigen Induktion so nicht haben, weil in den natürlichen Zahlen gibt es nur einen Induktionsschritt für den Nachfolger. Aber hier gibt es sozusagen zwei verschiedene Arten von Nachfolgern. Die eine Art ist die Hintereinander-Ausführung. Ich zeige, die Behauptung gilt dann auch für P1 gefolgt von P2 unter der Annahme. Und die zweite Situation ist, dass ich zeigen kann, dass es auch für den Loop-Fall gilt unter der Annahme, dass P bereits diese Eigenschaft hat. Okay, das ist also die sogenannte strukturelle Induktion und wie ich auch an anderer Stelle schon gesagt habe, können Sie allgemeine Induktion und auch diese strukturelle Induktion letztlich als eine Art Algorithmus auffassen, der Ihnen Beweise konstruiert. Wieso ist das so? Naja, jedes konkrete Loop-Programm ist ja in solchen Schritten aufgebaut worden, aus Wertzuweisungen. Irgendwo müssen Sie mit Wertzuweisungen angefangen haben und dann haben Sie sich entweder so verkettet oder Sie haben sie in Schleifen gepackt oder das, was Sie verkettet haben, wieder in Schleifen gepackt oder die Schleifen wieder in Schleifen gepackt oder wieder verkettet und so weiter. Also jedes Loop-Programm, was überhaupt den Namen Loop-Programm verdient, weil es dieser Definition entspricht, muss Schritt für Schritt aus kleinen Stücken zusammengesetzt worden sein mit diesen Operationen. Und das bedeutet, wenn Sie diesen Beweis hier konstruiert haben, haben Sie letztlich einen Algorithmus, wie Sie für jedes beliebige Loop-Programm einen konkreten Beweis herleiten. Wenn Sie nämlich wissen, wie das Loop-Programm zusammengesetzt wird, dann können Sie diese Zusammensetzung nachvollziehen, können also sagen, wir beginnen mal mit den kleinsten Dingen, die da drin vorkommen, das sind die Wertzuweisungen. Die haben offenbar die Eigenschaft, dass Sie terminieren und jetzt wurde da eine Wertzuweisung mit etwas anderem zusammengesetzt, aber die Eigenschaft zu terminieren bleibt bei dieser Zusammensetzung erhalten und so weiter und so fort, bis Sie irgendwann das tatsächliche Programm haben. Das heißt, für jedes tatsächliche Programm bekommen Sie eine lange Kette von immer gleichen Argumenten. Für jeden solchen Fall haben Sie das Argument, für jeden solchen Fall dieses. Und damit haben Sie letztlich einen aufgerollten Beweis und das wollen Sie aber eben nicht per Hand für alle diese unendlich vielen Fälle machen, sondern mit diesem einfachen Schema angeben. Also es ist etwas sehr Informatik nahes, diese Art zu denken, glaube ich. und hoffentlich für Sie auch klar, es ist wie gesagt unter dem Namen strukturelle Induktion bekannt, weil man über eine Strukturinduktion betreibt und wird natürlich in der universellen Algebra auch gern gemacht mit anderen Strukturen, wo man mit Operationen kompliziertere Dinge zusammensetzt. Aber diese komplizierten Bezeichnungen geben dem Ganzen vielleicht schon etwas mehr Komplexität, als es eigentlich hat. Also es ist doch eine relativ einfache Idee, die dahinter steckt. Und man kann die für alles Mögliche verwenden und immer gut gebrauchen. Können Sie bestimmt auch mal in irgendeiner Studienarbeit oder anderen Facharbeit, die Sie machen, wo Sie mal was zeigen müssen, gebrauchen, so ein Induktionsargument, was für alle möglichen Fälle etwas zeigt, ohne dass Sie jeden der einzelnen Fälle durchgehen müssen. Also merke, Induktion kann man nicht nur auf natürliche Zahlen anwenden, sondern auf alle unendlichen Mengen, die man induktiv mit vielen Operationen aus Grundfällen erzeugen kann. Und da sehen Sie auch, warum die Definition, die ich vorher gebracht habe, gesagt hat, sie ist induktiv. Das passt also wunderbar zusammen. Okay, so weit, so gut. Loop-Programme terminieren. Einfache Beobachtung mit einer nützlichen Technik. Okay, Programmieren in Loop. Loop hat nur wenige Ausdrucksmittel. Es ist auch trotzdem wie Turing-Maschinen selbst in gewisser Weise eine verarmte Sprache, die nicht viel verschiedene Fälle betrachtet, damit sie nicht so aufwendig ist. Ja, Sie haben ja gesehen, in dem Beweis muss ich jeden, jedes Ausdrucksmittel muss in meinem Induktionsschritt irgendwo vorkommen. Je mehr ich habe, desto mehr Arbeit macht es. Aber man kann viele andere Dinge in Loop definieren. Zum Beispiel können Sie x den Wert von y zuweisen. Das ist syntaktisch eigentlich nicht erlaubt, denn x kann man höchstens einer Summe oder einer Differenz zuweisen, in der y vielleicht vorkommt, aber nicht y selbst. Wie können wir das trotzdem schaffen? Und das ist der Punkt, wo ich normalerweise in die Runde frage und nach Ideen suche. Meistens kommen die Studierenden selbst auf die meisten dieser Fälle. So geht es Ihnen vielleicht auch. Halten Sie kurz an, wenn Sie müssen. Und dann wissen Sie es wahrscheinlich schon. Okay, ja, genau. Natürlich, x wird der Wert von y plus 0. Dann haben Sie die Wertzuweisung 0 in dem Fall als Addition ausgedrückt. Okay, was können wir noch? Wertzuweisung mit 0. Das ist jetzt der andere Fall. Sie wollen x auf 0 setzen. Das ist gar nicht so einfach. Oder nicht ganz so einfach. Sie wollen ja nicht also x auf x minus x setzen, könnte man denken. Geht aber nicht, weil x minus x auch nicht erlaubt ist als Ausdruck. Ich kann nur natürliche Zahlen verwenden. Aber x minus etwas anderem wüsste ich jetzt nicht, was ich nehmen müsste, damit x garantiert 0 wird. Das geht also auch nicht. Aber es gibt trotzdem eine einfache Lösung, die Sie vielleicht jetzt auch schon sehen. Genau, wir benutzen den Loop. Wir wiederholen einfach x mal das Dekrementieren um 1. Also x wird x mal verkleinert und die Veränderung an x, die hier stattfindet, hat wie gesagt keinen Einfluss auf die Anzahl der Schleifendurchläufe. Die wird eingangs festgelegt. Und nach dieser sehr komplizierten Abarbeitung ist x tatsächlich 0. Wertzuweisung mit einer beliebigen konstanten Zahl. Ja, sollte jetzt auch nicht so schwierig sein. Ist auch nicht mehr viel Platz auf dieser Folie. Genau, wir weisen erst 0 zu und dann addieren wir wieder die Zahl dazu. Das heißt, also das ist erlaubt. Okay, was gibt es noch? Wertzuweisungen zwischen einer Summe aus zwei Variablen. x wird y plus z anstatt y plus eine Konstante. Kann man auch machen. Genau, mit Loop. Wir fangen mit y an und weisen dann z mal 1 mehr dazu und kommen auf die Art und kommen auf die Art auf y plus z. Fallunterscheidung. If then nicht erst, sondern if then end. Ich schreibe es mal im syntaktischen Stil, den die Loop-Programme nun mal eben haben. Ist nicht der modernste Stil heutzutage vielleicht, aber da bleiben wir dabei. Also wir haben ein end hier dahinter. Also ich möchte sagen, if x ungleich 0, wenn pi. Also das ungleich 0 ist hier fest codiert. Ich teste nur auf diesen einen Fall. Und falls da eintritt, will ich pi ausführen und sonst nicht. Wie kann ich das tun? Und da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten und ich habe hier eine. Die sieht so aus, dass wir eine Hilfsvariable einführen und diese Hilfsvariable heißt y. Ich wiederhole x mal die Zuweisung von y zu 1. Das wird natürlich nichts ändern, ob ich das einmal oder tausendmal tue, aber es wacht ein Unterschied, ob ich es nullmal tue, denn wenn y bisher nicht benutzt wurde, ist y mit 0 initialisiert und hat also nicht den Wert 1, wenn es nullmal durchgeführt würde, diese Schleife. Und dann mache ich eine zweite Schleife, die y mal looped, also nullmal oder einmal und dabei p tut. Also das ist die Umsetzung von dieser Bedingung x ungleich 0 auf eine quasi boolsche Hilfsvariable, die null oder 1 ist danach. Okay. Also Sie sehen, man kann mit Loop eine Menge kleiner Spielereien machen und da werden wir bestimmt auch noch ein paar Übungsaufgaben dazu finden, die man da ausprobieren kann. Jetzt gibt es ein paar offensichtliche Dinge, die man damit definieren kann. Ich kann sagen, eine Funktion von n-Tupeln nach n heißt Loop berechenbar, wenn man ein Loop-Programm findet oder wenn es ein Loop-Programm gibt, das diese Funktion berechnet. Ob man das findet, also ob man selbst weiß, wie es aussehen muss, ist eine andere Frage. Das wissen Sie aus den vorigen Videos. Aber Berechenbarkeit in dem Fall ist also die Existenz des Programms an sich. Und es zeigt sich, es gibt eine Reihe von Dingen, die man mit Loop ausdrücken kann. Addition habe ich gerade gezeigt. Man kann auch multiplizieren. Das können Sie mal probieren. Kleine Übung. Kommt auch irgendwo mal bei uns in den Übungen vor. Potenz. Potenz verhält sich natürlich zu Multiplikation, genauso wie Multiplikation zu Addition. Also das heißt, wenn Sie verstehen, wie man aus Plusmal macht, wissen Sie auch, wie man aus Mal hoch macht. Und es gibt viele, viele andere. Alles Mögliche, was man an Funktionen sich wünschen kann, über Zahlen kann man auch mit Loop ausdrücken. Trotz dieser sehr beschränkten Ausdrucksmittel, die man zunächst hat. Loop geht auch weiter. Loop geht sogar über natürliche Zahlen hinaus. So wie es definiert ist, haben wir mit natürlichen Zahlen nur zu tun, aber das ist tatsächlich nicht die wichtige Beschränkung hier. Und zwar kann man Loop auch auf andere Daten anwenden. Dazu muss man die Zahlen verwenden, um andere Daten zu speichern. Der Datentyp wird sich nicht ändern. Es sind immer noch natürliche Zahlen, die hier vorkommen. Aber man kann mit Hilfe der Operationen, von denen ich gerade gesprochen habe, zum Beispiel das x-de-Bit mit einer Binärkodierung von y berechnen. Ja, also wenn Sie eine Variable haben, x mit einer bestimmten Zahl und eine andere, die eine Binärkodierung oder anders, die einen anderen Zahlenwert und Sie interessieren sich für das Bit, was in der Binärkodierung an der x-Stelle stehen würde, dann können Sie das mit einem Loop-Programm herausfinden. Und das ist ein bisschen umständlich, aber dadurch kann man auch beliebige Daten verarbeiten, denn letztlich kann man jedes Datum, was einen interessiert, als Zeichenkette aus Bits kodieren und jede solche Zeichenkette kann man als natürliche Zahl lesen und dann einfach in y speichern. Und zugreifen kann man dann auch wieder auf die Teile, auf die Bits mit entsprechenden Hilfsfunktionen. Okay, das ist also die Vorgehensweise und wenn man das so annimmt, also wenn man diese Art von Codierung durchführt zum Beispiel, dann kann man in diesem Sinne auch viele andere Dinge Loop berechnen. Und hier sind ein paar Beispiele. Das Wortproblem regulärer, kontextfreier und kontextsensitiver Sprachen. Also das sind schon relativ komplizierte Dinge. Dabei, ja, kontextsensitive Sprachen, wenn Sie sich erinnern, ja, Vorlesungen über Automaten und Sprachen, die Videoreihe haben Sie auch online. Da haben wir darüber gesprochen. Da gibt es also, das ist schon nicht ganz einfach, das zu berechnen. Und dennoch ist das alles in Loop möglich, wenn Sie so kodieren. Für alle Probleme in NP, NP eine schwere Komplexitätsklasse mit nicht so leicht, nicht polynomiell nach allem, was wir wissen, lösbaren Problemen, über die wir auch noch viel, viel ausführlicher sprechen werden, später in dieser Videoreihe. Die können Sie auch alle mit Loop lösen. Und ich gehe mal weiter. Der dritte Anstrich ist, fasst es zusammen, praktisch alle gängigen Algorithmen, also fast alles, was Sie sich wünschen könnten, kann man mit Loop-Programmen ausdrücken. Das ist vielleicht überraschend, wenn man diese einfache Sprache gesehen hat und herausgefunden hat, dass alles hier immer hält, also dass sie irgendwie schon auch einfacher ist als Turing-Maschinen, die nicht immer halten, ist es dann doch schon interessant zu sehen, dass sie eigentlich fast alles, was uns praktisch interessiert, dann doch schon leisten kann. Okay, das soll es gewesen sein zur Einführung dieser ganz, ganz einfachen Spielzeugsprache Loop. Beim nächsten Mal, nachdem ich jetzt dafür geworben habe, was Loop alles kann, werde ich Ihnen erklären, was Loop alles nicht kann oder wo die Grenzen von Loop liegen und dann werden wir auch sehen, wie man darüber hinaus gehen kann. Bis dahin, Tschüss und auf Wiedersehen.